Manchmal kann ich es gar nicht glauben, was in den letzten zwölf Jahren alles so passiert ist und auch, dass der Song mittlerweile so alt ist. Ich meine, wie das damals passiert ist, waren wir wirklich alle aus dem Häuschen. Die Klicks sind auf einmal so durch die Decke gegangen und ja, plötzlich habe ich tausende Anfragen bekommen, so auch im Spiel, lauter Nachrichten und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem WG-Partner da gesessen bin und ein Videoclip dazu geschnitten habe. Der hat mich damals eigentlich so richtig zum Zocken gebracht, also der ist wirklich von der Arbeit heim, sofort Laptop an und so hat das irgendwie begonnen und dann kam halt irgendwie die Idee, einen Song über das Spiel zu machen und ja, dass es dann wirklich solche Ausmaße annimmt, war irgendwie keinem von uns bewusst und ja, und auch heute singen die Fans bei den Konzerten mit. Ich finde es mega bis auf das MC-Teil. Und beim Dinger mit dem A-Code zu denken. Einmal noch. Einmal noch. So? Ist fertig. Fahr mal nach Hause. Fertig. Kannst einpacken. Wird gut. Wird gut. Also einmal noch und dann ist fertig. Dann packen wir ein. Ich stehe mitten in O.K. Ja, gerade bei World of Warcraft geht manchmal wirklich viel Zeit drauf. Ich kann mich noch erinnern, keine Ahnung, meine Ex-Freundin hatte damals gekocht so und aus einer Stunde sind dann doch sechs geworden und wir haben gar nicht mehr Abend gegessen, weil wir noch irgendwas erledigen mussten und ja, schieß mich tot. Ich glaube, ich habe in dem Spiel so ziemlich alles gemacht, was man machen kann, egal ob es Fischen gehen ist oder Berufeskill. Und ja, war eben mit meinem WG-Partner damals wirklich ganz, ganz fleißig immer am Arena zocken und solche Dinge. Hey Leute, ich bin's Dame. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch heute mal mit ins Studio. Wir versuchen gerade das Unmögliche wahrzumachen und arbeiten an einem zweiten Teil. Man muss ja aufpassen, dass wir nicht so viel Stuhl geht. Wir haben am Anfang versucht, ein bisschen die Akkorde zu ändern. Wir wollten unbedingt auch so den Alpen-Vibe irgendwie am Leben halten und ihr könnt mal reinhören, was so die erste Melodie war, mit der die Beat-Produktion jetzt quasi so angefangen hat. Wir haben vorher auch Hörner noch dazu gemacht, weil wir einfach so etwas Episches drin haben wollten, was einfach so, ja, ein bisschen kriegerisch klingt. Es ist echt eigentlich eine große Herausforderung, da einen zweiten Teil zu machen, weil, wie gesagt, der Song war eigentlich so der erste Durchbruch, den ich hatte. Ich meine, es gab dann eh auch noch P-Flu ist ja dann noch mal crazy abgegangen und auch auf die guten alten Zeiten zum Beispiel ist ja eigentlich, glaube ich, sogar der meistgeklicktesten Song, aber trotzdem hat alles irgendwie mit 12 Millionen begonnen und ja, jetzt war auch das neue Add-On rauskommt und Gamescom ist und so, dachten wir uns einfach, hey, let's try it out, probieren wir es einfach, lass uns einen zweiten Teil machen und ja, ihr seid gerade mit dabei im Studio und seht, wie das Ganze so, ja, passiert ist. Nehmen wir einen kleinen Refrain auf, gell? Allzeit bereit, marschieren wir genauso wie einst, für die Horde zusammen vereint. In dem Kampf ohne Angst vor dem Feind, ich sitz noch immer vorm PC, spiele WoW. Die Freundin ist jetzt weg und das Handgelenk tut weh, denn ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW. Doch alles ist in Ordnung und mein Mensch, der gehört in je. Irgendwie so, oder? Allzeit bereit. Ich sitz noch immer vorm PC, spiele WoW. Die Freundin ist jetzt weg und das Handgelenk tut weh, denn ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW. Doch alles ist in Ordnung und mein Mensch, der gehört in je. Ja, Mann. Geil, oder? Geil, da muss ich. Da haben wir los. Zwölf Millionen. Das wird gut. Part 2. Puh. 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 Okay.